Ja, Gude und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98 und es begrüßen euch, wie immer, Toni Seiler und Colin Manke und Toni, diesmal machen wir keinen Frankenstein, hoffentlich, gell? Ja, Gude da draußen. Tatsächlich sparen wir uns das heute. Wäre gut, wäre gut. Keine technischen Probleme, bitte. Ja, technische Probleme, glaube ich, waren es nicht in Stuttgart, aber letztendlich, tja, haben wir vieles von dem, was dann passiert ist, tatsächlich vorausgesagt in der letzten Folge mit dem Danny. Tja, hätten wir uns vielleicht anders gewünscht, aber gut, es ging ja gut los mit dem Eigentor von Zagadou. Da habe ich noch gedacht, Toni, Lecomio haben wir viel Ahnung vom Fußball, wir drei, weil wir das noch vorhergesehen hatten, so zu sagen, dass der immer für den Klops gut ist. Gut, dann haben wir doch schnell den Ausgleich kassiert, ja, und letztendlich kann man es auch wieder schnell zusammenfassen, der Gerasi ist von einem anderen Planeten. Das haben wir ja letzte Folge auch groß besprochen und also dieser Strahl, den der da absetzt, gell? Das ist ja ein Wahnsinns-Tor gewesen und auch sonst die Leistung, muss man einfach an der Stelle sagen, fair, Hut ab, krasses Spiel, krasser Spieler. Ja, absolut. Ja, also wir haben, glaube ich, sehr viel vorher schon zusammengefasst, wie das Spiel laufen könnte. Ich glaube, gerade mit dem 1 zu 0 war es natürlich so, wie erhofft, dass man da in Führung geht und ich habe zwar prophezeit, dass wir versuchen müssen, lang das 0 zu 0 zu halten, um da ein bisschen Unruhe ins Stadion zu kriegen. Gott sei Dank haben wir das 1 zu 0 gemacht, leider kam dann das 1 zu 1 viel zu schnell. Also ich glaube, wenn wir das über lange Distanz halten können, dann wird es tatsächlich auch ein bisschen unruhig im Stadion. Ja. Aber ich meine, die Fans haben fast keine Zeit gehabt, sich darüber aufzuregen, schon stand es 1 zu 1. Und man muss einfach dann auch fairerweise sagen, am Ende war es natürlich auch so verdient. Und ich glaube, man muss froh sein, dass es dann nur 3 zu 1 ausging, aus unserer Sicht. Wenn man aber das Spiel so ein bisschen in Phasen unterteilt, dann war es doch auch ganz lang so, dass wir in der zweiten Halbzeit ein besseres Spiel gemacht haben als in der ersten. Gefühlt auch ein bisschen mehr Kontrolle in unserem Spiel hatten. Jetzt ist halt die Frage, hat uns der VfB gelassen oder haben wir selber mehr dafür getan? Und wir hatten eben lang diese Situation mit dem 1 zu 2 und die Chance da eben mit dem Tor dann Ausgleich zu machen. Leider muss man aber festhalten, dass die Jungs von Anfang an nicht so ins Spiel gekommen sind wie gegen Gladbach. Das war ja ein Feuerwerk da in der ersten Halbzeit, das haben wir in Stuttgart nicht geschafft. Und auch beim Stand von 1 zu 2 hatte ich jetzt persönlich leider nie das Gefühl, dass die Jungs so viel noch investieren oder vielleicht auch investieren können, um da zum Ausgleich zu kommen. Da war doch spürbar entweder Respekt oder auch fehlende Kraft, dann um da eben entscheidend noch offensiv Impulse zu setzen. Und wie gesagt, der VfB hatte dann immer diese Nadelstiche und hätte das Spiel schon deutlich früher entscheiden können. Dann haben sie es kurz vor Schluss eben gemacht. Ja, es ist bitter, aber ich glaube, das muss man dann so zusammenfassen, dass es ein verdienter Sieg für den VfB war und wir leider nie so ins Spiel gekommen sind, wie wir es gegen Gladbach in der ersten Halbzeit hatten. Ja, absolut. Das ist ziemlich gut zusammengefasst meiner Meinung nach, weil ich hatte halt auch vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich nie das Gefühl, dass wir mal wieder so ein bisschen Oberwasser bekommen können. Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, vielleicht schaffen sie es ja in der Halbzeitpause, da mit einer guten Ansprache oder der einen oder anderen Umstellung vielleicht auch nochmal da gegenzusteuern, was dann auch funktioniert hat. Gut, ehrlicherweise muss man umgekehrt auch sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass Stuttgart uns einfach auch mehr hat kommen lassen. Die hatten ihre riesen Möglichkeiten, das Spiel zu ziehen, wie es ja immer so schön heißt. Aber ich muss schon auch sagen, dass dann unsere Umstellung, fand ich, vor allem mit Kempe und Schnellhardt gut gefruchtet haben. Wie gesagt, in der Kombination, dass Stuttgart natürlich uns halt auch ein Stück hat kommen lassen. Aber in der zweiten Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, dass, also gerade nach der Einwechslung von den beiden auch, Aaron Seidel war ja dann auch dabei, da lag es ein bisschen in der Luft. Also da hatten wir schon echt mal eine gute Phase, fand ich. Und Struktur im Spiel. Und wir müssen mal kein Geheimnis machen, wir sind ein großer Fan unserer Mannschaft und damit auch unserer Spieler. Und was Tobi Kempe und Fabi Schnellhardt einfach beide können, ist mal diese Ballsicherheit ins Spiel bringen, gute Bälle zu spielen. Und ich fand, das hat dann da gut funktioniert. Tja, hin und raus macht der Gerasi das, was er eben am besten kann gerade. Aber ja, ich weiß nicht, ich fand den Auftritt in der zweiten Halbzeit dann doch, der gibt schon Anlass für ein gutes Gefühl, um da diese guten Dinge mitzunehmen. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, da hat die Medaille zwei Seiten. Wenn ich mal nochmal ein paar Euro ins Fraschens reinwerfen darf. Ich bin da voll bei dir. Ich fand auch, dass wir gerade mit Tobi und Fabi da mehr spielerische Elemente im Mittelfeld hatten, was leider dann gefehlt hat. Und das waren eben so diese 20, 30 Meter, die man dann im Mittelfeld hat, die wir dann so ein bisschen mehr beherrschen konnten, ein bisschen mehr kontrollieren konnten. Leider nicht ummünzen konnten in effektiven Druck dann auf das gegnerische Tor oder den gegnerischen Sechzehner. Also das waren dann wirklich nur minimale Einzelsituationen, wo man da nochmal die Möglichkeit bekommen hat, ins Spiel zurückzukommen. Und da hat mir so ein bisschen der Druck einfach gefehlt. Also den, was wir gerade gegen Gladbach, da hatten wir ja einen unfassbaren Druck auf das gegnerische Tor. Ja, das ist kein Vergleich. Und das war, konntest du einfach nicht vergleichen. Also irgendwie hat dann die letzte Idee oder die letzte Power hat dann einfach gefehlt, um im VfB wirklich nochmal Kopfschmerzen zu bereiten. Also mir fällt da tatsächlich irgendwie nur vielleicht mal eine Situation, wo man den Stojukovic irgendwie freispielt und dann nochmal einen Ball im Sechzehner querlegt oder den Kopfball von Aaron Seidel, der aber dann auch weit übers Tor geht. Sonst fällt mir tatsächlich gar nicht viel ein. Also das waren dann noch so Momente, wo ich auch bei dir bin. Also die Hoffnung war immer da, weil man irgendwie das Gefühl hatte, ey, man steht jetzt nicht nur am eigenen Sechzehner. Ist nur ein Tor, genau. Und versucht da irgendwie jeden Ball von der Linie zu kratzen, sondern man hatte wirklich die Möglichkeit, sage ich mal, dann auch offensiv irgendwie nochmal ins Spiel zu kommen. Aber man konnte es halt irgendwie dann nicht nutzen, aus Gründen, die verschieden sind. Also der VfB ist ja jetzt auch keine Blindentruppe. Die verteidigen das natürlich dann am Sechzehner dann auch etwas enger, haben dann in der Luft auch ihre Vorteile. Und dann hat es zumindest den Anschein auch gemacht, dass es mental und körperlich die letzten Wochen halt auch viel Kraft gekostet haben mit Sicherheit. Das Gladbach-Spiel vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Und das war einfach diese Energie, diese Kraft nicht mehr hatte, da nochmal zuzulegen. Und das ist so ein Punkt, wo man eben die letzte Saison dann nochmal ranziehen kann und sagen kann, Mensch, da hatte ich die letzten 15, 20 Minuten immer das Gefühl, dass wir klar die körperlich bessere Mannschaft sind und da immer nochmal, egal ob wir hinten lagen oder unentschieden steht oder geführt haben, immer diesen Druck auf das gegnerische Tor nochmal erhöhen konnten. Und den Eindruck habe ich zumindest im Moment nicht, dass wir das können. Also klar ist auch, dass das Spiel deutlich mehr Kraft kostet, sowohl offensiv als auch defensiv, weiß ich noch aus eigener Erfahrung. Es macht natürlich immer viel mehr Spaß, mit dem Ball am Fuß zu laufen oder in der Offensive zu laufen. Das hat man gegen Gladbach gesehen, wie krass diese Laufwege waren, wie groß die Bereitschaft war und wie schwer das dann in der zweiten Halbzeit fiel, wenn man dann wirklich nur noch hinten drin steht, nur noch hinterherläuft und ein ähnliches Spiel, nicht ganz so krass, aber ein ähnliches Spiel war es in Stuttgart. Man ist eben viel hinterhergelaufen, man musste viel verschieben. Die haben uns immer in Bewegung gehalten und dementsprechend tun dann Offensivaktionen weh, tun Defensivaktionen weh und irgendwann ist der Akku dann halt leer und wenn das Mentale noch dazukommt, wenn man 1-0 führt und dann eigentlich noch vor der Halbzeit das Spiel gedreht bekommt, dann gehen halt auch ein paar Sirenen im Kopf an und dann wird es halt wirklich unfassbar schwer. Und da tun mir die Jungs auch leid, weil ich glaube, sie haben deutlich mehr verdient, als wir bis zum jetzigen Zeitpunkt eben haben. Nur es ist, wie es ist und das muss man dann eben annehmen und dann muss man eben die positiven Dinge, und du hast schon angesprochen, die positiven, all die positiven Dinge aus jedem Spiel muss man eben mitnehmen und eben dann in den Dingen, wo man so ein bisschen hinten dran war, muss man eben daraus lernen und das versuchen, für das nächste Spiel eben besser zu machen. Und da kommt eben ein Spiel jetzt am Sonntag, was auch wieder nicht leicht wird, aber wo man ein Heimspiel hat und schade ist einfach nur, dass die Erwartungshaltung halt immer größer wird und der Druck natürlich auch größer wird, weil man natürlich irgendwann mal den Dreier unbedingt auch braucht und jetzt kommen halt die Teams, wo man intern und auch extern immer drüber erzählt hat, immer drüber geschrieben hat, ja, man müssen unsere Punkte dann eben gegen Bremen und gegen Augsburg und gegen Mainz und Köln und weiß der Geier, wer alles noch kommt, da holen und jetzt kommt halt Bremen und dann Augsburg und das ist schon, glaube ich, ein ganz großer Fingerzeig für die Truppe auch und da wünsche ich eben der Truppe auch maximal viel Glück, dass man in einem Spiel auch einfach braucht und diese mentale Stärke und dieses Selbstvertrauen, dass sie das jetzt reinkriegen zum richtigen Zeitpunkt, dass man da eben mal mit dem Dreier dann bestenfalls am Wochenende aus so einem Spiel rausgeht, um da einfach zu wissen, okay, wir können da auch gewinnen, weil ansonsten, ja, wenn nach Bremen und Augsburg dann eben Leipzig und Bayern kommt, dann wird es halt schon extrem hart. Ja, das stimmt. Aber auch da muss man halt auch sagen, dass wir da echt auch nicht vom Glück irgendwo dann auch mal verwöhnt werden, weil Bremen, die jetzt ja auch gegen Köln da gewonnen haben, ein hart errungener Sieg, also Köln ja irgendwie extrem stark angefangen und dann der Klassiker extrem stark auch nachgelassen und ja, bei Bremen ist jetzt der Cater auch wieder im Spiel und so, also das sind so lauter diese kleinen Dinge, wo du dir so denkst, Kalle, können wir irgendwie auch mal Glück haben? Das sind dann so Sachen, die dazukommen, aber also das darf einen jetzt ja auch nicht im Vorfeld irgendwie entmutigen. Ich glaube, die Spieler, das wird die sowieso nicht in irgendeiner Form tangieren, das glaube ich jetzt nicht, aber so uns jetzt, so die, wie wir darüber jetzt ein bisschen schwätzen und ihr, die ihr zuhört. Ich meine, Sonntag 15.30 Uhr, wahrscheinlich immer noch perfektes Altweibersommerwetter. Wir empfangen in der Bundesliga Werder Bremen. Ich will das immer nur wiederholen und unterstreichen, dass das ja eine unglaublich tolle Situation ist, auch wenn wir jetzt mit einem Punkt bislang dastehen. Aber auch da muss man ja auch sehen, sind wir ja, also noch ist ja nichts verloren. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier 40 Punkte Rückstand auf irgendwen haben. Also muss man, finde ich, alles in der Relation immer sehen. Ja. Und Toni, was ich vielleicht als letztes zum Stuttgart-Spiel von dir noch wissen will, weil du hast eben schon angesprochen, die körperliche und mentale Frische, so die letzten 20 Minuten vielleicht, vielleicht, das will ich dich aus deiner persönlichen Erfahrung nochmal fragen, weil ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich kann es mir zumindest vorstellen, das kann schon auch der Unterschied und die Umstellung in die Bundesliga sein, oder? Dass du sowohl mental, dass es mental unheimlich nochmal fordernder ist, als die Spiele in der zweiten Liga oder als viele Spiele in der zweiten Liga, weil es so schnell geht und so intensiv ist und körperlich ähnlich. Da hast du es ja schon angesprochen, dass wir ja viel mehr hinterherlaufen müssen, als wir das jetzt auch in den vergangenen Saisons getan haben. Aber wie war das bei dir beziehungsweise bei euch damals? Da war es ja teilweise noch extremer mit dem Hinterherlaufen und kaum Ballbesitz. Ja, das spielt eine extrem große Rolle. Und da ist eben ein Spielverlauf dann entscheidend und wichtig für einen. Und wenn ich mich an einige Spiele eben von damals erinnere, dann haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft, dem Gegner erstmal so ein bisschen die Lust am Fußball zu nehmen und das relativ früh im Spiel. Und dann ist es natürlich entscheidend, dass wir in so eine letzte halbe Stunde mit einer Führung dann eben geht. Und dann eben aber auch weiß, hey, jetzt haben wir eben nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo wir eben hinten die Zähne zusammenbeißen müssen und dann gucken müssen, dass wir eben über Standards, über Konter dann eben vielleicht nochmal zum Erfolg kommen. Und die einzige Situation, die wir im Prinzip jetzt diese Saison hatten, war eben das Spiel gegen Gladbach, wo wir eben mit einer 3-0-Führung in der Halbzeit dann sind. Und da eben hätten den Bus parken müssen, aus meiner Sicht, mit allem, was wir haben. Und da haben wir eben dann, sage ich mal, die 10 Minuten, 20 Minuten zwischendrin. Und natürlich zum Schluss zittert man natürlich, wenn es dann 3-2 steht, dass es dann, dass man dann irgendwie über die Runden kommt. Aber meiner Meinung nach haben wir da eben ganz viel Ordnung vermissen lassen und ganz viel blöde Entscheidungen getroffen, die uns dann eben die Gegentore eingebracht haben. Und da wäre es jetzt halt mal wichtig, dass man in so eine letzte Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde eben mal mit einer Führung geht und dann weiß, okay, und jetzt alles rein und alles wegverteidigen und dann eben das auch mal schaffen. Weil das gibt ja auch wieder das Selbstvertrauen. Man hat ja im Moment so ein bisschen das Gefühl, egal was man macht, unsere Gegentore kriegen wir immer. Ja, das ist das, was ich meinte mit dem Glück. Ja, wobei da immer nur von Glück und Pech zu sprechen, ist natürlich auch dann schwierig, weil ich sage mal, maximal Pech war die rote Karte und der Elfmeter gegen Gladbach. Das war maximales Pech. Alles andere, was danach passiert, kann man ja beeinflussen. Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie der Ball sechsmal abgefälscht wird und dann ins Tor rollt, sondern man hat ja da wirklich, also die Tore waren ja auch noch vernünftig rausgespielt beziehungsweise durch falscher Zuordnung von uns dann eben sind die dann zustande gekommen. Und jetzt war sie eben auch in Stuttgart ja kein Glück und kein Pech, weil der Gerasi hat einfach eine unfassbare Qualität. Und wenn man sich dann das 2-1 anschaut, wie das fällt, man kann sich auch das 1-1 anschauen. Das ist einfach unfassbar schwer, wenn man ihn praktisch vor sich hat, da an den Ball zu kommen. Und dann entscheiden die Laufwege, die dahinter passieren. Das macht der Mio dann gut, läuft sich frei. Und dann sagt jeder, der in der Kreisliga dann Trainer ist oder Zuschauer sagt dann, es kann doch nicht sein, dass ein Stürmer am Elfmeterpunkt den Ball annimmt und dann sich noch aussuchen kann, wo er denn jetzt hinspielt. Aber das ist halt dann Qualität. Das hat nichts mehr mit Glück und Pech zu tun, sondern das ist unfassbar schwer, da den Gerasi überhaupt nur zu verteidigen. Also da gibt es von meiner Seite überhaupt gar keinen Vorwurf, weil das einfach Qualität ist. Und da sieht man den Unterschied dann zwischen 3.2. und 1. Liga. Ja, genauso das 2.1. Das macht er halt überragend, dreht sich dann ein und hämmert das Ding da rein. Kann man sich hinterher auch angucken, kann sagen, Mensch, darf eigentlich nicht passieren, dass er sich dann so vorbeidreht und das Ding dann da reinschweißt. Aber das sind halt Qualitätsspieler, die machen den Unterschied. Und wenn wir im Gerasi hätten, würde er das wahrscheinlich bei uns genauso machen. Dann würden sich die anderen angucken und würden sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, dass wir den nicht in den Griff bekommen. Gut, das 3.1, das brauchen wir gar nicht kommentieren. War natürlich dann auch ein bisschen, hatten dann ein bisschen mehr Platz und er macht einen super Laufweg, steht dann wegen ein paar Zentimeter nicht im Abseits. Eine Aktion vorher steht dann ein paar Zentimeter im Abseits. Das ist dann halt immer die Risikolinie des Stürmers, die er dann geht. Und was er dann natürlich im Abschluss macht, das macht er auch nur, weil er schon neun Tore hatte. Also wenn er dieses Jahr noch nichts getroffen hätte, dann hätte er dann wahrscheinlich im Schuh in den Bauch gelöffelt oder keinen wieder über das Tor. Das ist halt dann auch viel Selbstvertrauen und auch wieder Qualität. Und deswegen sage ich, Glück, Pech. Ja, muss man immer so ein bisschen einordnen. Absolut, absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das sollte auch nicht so klingen, als ob wir jetzt hier, als ob das nur eine Glücksfrage wäre. Gladbach hatte Glück. Wenn ich da nochmal reingrätschen darf, Gladbach hatte Glück, dass sie nicht mehr Tore kassiert haben in der ersten Halbzeit. Das war Glück für Gladbach. Das stimmt, ja. Aber wo du jetzt gerade hier schon den Gerasin nochmal erwähnt hast, da kommen wir doch mal kurz hierzu. Collins' Kultphrase. Weil, also, das schreit ja geradezu danach, den Karl nochmal hier hervorzuheben, muss man neidlos tun. und unser lieber Freund, unser lieber Kommentatorenkollege beziehungsweise Legende, Heribert Fassbender, hat mal gesagt, also, ja, 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 wenn der zum Schuss kommt, der fackelt nicht lange, der Bursche. Ja, das passt wunderbar zum 2.1. Das, Alter, was ein Strahl und wie krass der das gemacht hat. Also, bei Lilian Fan oder nicht, Lilian Fan oder nicht, also, das muss man einfach anerkennen, was ein bombastischer Spieler das gerade ist. Und wie du sagst, dem gelingt halt irgendwie alles, weil der im Flow ist. Und dann, ja, muss man dann einfach so hinnehmen. Wer die Bundesliga geguckt hat, der hat am Wochenende auch das Tor von Bonnyface gesehen, das letzte oder das zweite Tor, was er macht, das war ja eine ähnliche Situation. Also, der kriegt den Ball und dreht sich dann ganz entspannt um den Innenverteidiger von Heidenheim rum. Ja. Und jeder fragt sich, okay, wie macht er das? Aber wenn du eben so einen Koloss vor dir hast und dann nur auf Verdacht irgendwie dein Bein irgendwo hinstreckst und der Hoffnung, dass der Ball dann hängen bleibt und der einmal mit dem Hinterteil nach hinten schiebt, dann bist du halt weg und dann hast du halt auch keine Chance. Das ist leider so. Machst du nichts, ja. Ja, hast du. Also, ja. Was wir vielleicht noch thematisieren können oder was wir noch mal ansprechen können. Ich finde halt, man hat nach dem Spiel auch so ein bisschen diese Ratlosigkeit gespürt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jeder da draußen dann hinterher auch das Interview von Thorsten Lieberknecht gehört. Das war so ein bisschen so ein Spiegelbild, finde ich dann auch. Wobei ich das, glaube ich, auch kann man in zwei verschiedene Richtungen einordnen. Und da kannst du bestimmt gleich auch noch was dazu sagen. Möglicherweise hat er das Ganze ja auch so gesagt, um so ein bisschen den Fokus auf sich zu lenken. Ja. Um das so schön zu sagen, um zu sagen, hey, ich halte mal jetzt den ganzen Stress von der Mannschaft weg und ziehe den Fokus mal so ein bisschen auf mich. Thorsten-José-Morinho. Genau. Das ist so der typische Morinho-Move, ne? Was natürlich eine sehr clevere Aktion wäre, wenn das so gewollt ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt andersrum sieht, dann hat es so ein bisschen auch diesen Zorn, hat man zumindest gespürt, dass es erst ein Punkt bis hierhin ist. Weil das ist natürlich schwierig nach so einem Spiel. Ich glaube, wenn er es eine Woche vorher gegen Gladbach gemacht hätte, hätte jeder noch gesagt, ja, richtig so. Da kann man mal schießen. Jetzt nach dem VfB-Spiel war es eher ein bisschen unglücklich, weil, ganz ehrlich, der Schiedsrichter hatte mit dem Ausgang gar nichts zu tun. Es war eher noch so, dass wir uns fast noch für zwei Schwalben entschuldigen müssen. Und dass der Vergleich dann so ein bisschen, ja, war etwas schwierig. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kenne das zumindest von mir früher. Ich war relativ ruhig auf dem Platz, aber ich hatte auch Tage, wo mich auch alles angekotzt hat. Und da habe ich da auch mal ein bisschen mehr mit dem Schiedsrichter diskutiert. Und das Gefühl von mir hinterher war eher das, dass ich eher weniger Freistöße bekommen habe als mehr. Und ich glaube, ja, dass man da eben so ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man da nicht irgendwie einen Fokus dann auf sich zieht und der Schiedsrichter dann doch eher mal weiterlaufen lässt, als dann für einzupfeifen. Da muss man immer so ein bisschen, ja, mit Vorsichtig sein. Ich glaube halt einfach diese Emotion, die macht ihn einfach so aus im Guten, wie dann eben auch in schwierigeren Situationen. Und ich glaube, dass, nur wie man ihn als Außenstehender ja beurteilen kann, ich glaube, das brodelt einfach so in ihm. Weil ich glaube wirklich, Leute, das ist so ein Top-Mensch und ein Top-Trainer. Ich glaube schon, dass da auch ein gewisses Kalkül dahinter steckt, eben wie wir es eben, oder wie wir es jetzt ja schon gesagt haben, mit diesem Mourinho-Style, weil der ist da ja der Meister drin. Der poltert auf den Pressekonferenzen danach ja gegen alles. Dass er nicht noch gegen die, ich weiß nicht, gegen die Tauben, die da oben im Stadion rumgeflogen sind, gewettert hat, was die da sollen. Die lenken alle ab und so ist ja alles. Und da war ja immer das Kalkül, dass alle Aufmerksamkeit auf ihn geht. Der legt sich mit allen möglichen Journalisten, mit den Gegnern, mit allen an. Und damit seine Mannschaft komplett aus dem Fokus ist, das nicht über die schwächere Leistung von Spieler X oder Y irgendwie geredet wird, sondern das nächste Ding von Mourinho, was er da wieder anzettelt. Und der wirft sich wie ein Löwe vor seiner Mannschaft. Und das kennen wir ja auch. Also das macht er auch. Also ich bin auch der Meinung, dass es der Fokus war, den er setzen will. Ja. Ich wollte es nur noch mal für den Neutraleren beschreiben, dass es, und die Rückmeldung kam eben auch, ist ja logisch, dass alle, die jetzt nicht unbedingt Darmstadt-Fans sind oder das neutral sehen, da auch ihre Meinung dazu haben und denken, Mensch, warum regt man sich jetzt da so auf? Völlig unangebracht, jetzt nach so einem Spiel das zu tun. Aber ich bin da bei dir und ich glaube auch eher, dass sein Fokus ist da eben, den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Und wenn man es trotzdem dann mal ganz neutral sieht, mein Gott, der Fußball lebt genau von sowas. Also wir wollen diese Emotionen und wir lieben den Torsten auch, weil er da in der Hauptlinie marschiert, 90 Minuten, uns nicht hinsetzt und dreimal was auf seinen Zettel schreibt und dann hinterher den Lehrer raushängt. Also wir wollen das ja auch haben und davon leben wir ja auch. Und deswegen fand ich das auch geil, dass er solche Aktionen, und die hat er ja immer wieder in Interviews, hat er Dinger rausgehauen. Ja. Und das ist ja das Schöne. Wir wollen ja diese weichgekochten Schulterklopfer, haben wir ja genug. Eben. Und so wollen wir das ja auch sehen. Und wenn man das jetzt... Und nicht unter die Gürtellinie und nix. Und man kann ja auch mal seine Meinung sagen und die muss ja auch nicht immer jedem passen. Und schön wäre, wenn wir eben diese Emotionen jetzt noch mal aufs Spielfeld kriegen und da eben so eine erste Halbzeit von Gladbach als Maßstab sehen, unabhängig davon, wie Gladbach jetzt da aufgetreten ist oder nicht. Das muss ja auch nicht immer 3-0 stehen. Aber wenn man so ins Spiel kommt und so, sage ich mal, angstfrei und respektlos dann lospoltert, und das hat er ja auch so ein bisschen damit gefordert, dass man jetzt einfach auch mal den Respekt ablegt und dann nicht irgendwie nach oben gucken muss, sondern Schultern raus und auf Zehenspitzen stehen und dann sagen, hey, pass mal auf, mein Freund, wir sind auch noch da und jetzt geht es erst mal richtig los. Ich glaube, wenn wir das so hinkriegen, wie er das dann da auch vorgelebt hat, dann bin ich mir sicher, dass wir am Sonntag ein Dreier einfahren. Ganz ehrlich, und dann gehen wir alle in Hawaii-Hemden mit Lilien drauf in der Robinson-Club. Ja, wenn man das mal so sehen will. Also, ich bin total gespannt aufs Bremen-Spiel. Da gucken wir jetzt gleich drauf. Toni will aber erst noch mal den Blick über den ganz großen Tellerrand werfen, weil mein Freund Gustavo, mein brasilianischer Kumpel aus Sao Paulo, der ist ein riesiger FC-Sao Paulo-Fan und Parabéns heißt es ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die haben jetzt am Wochenende den brasilianischen Pokal gewonnen. Die haben das da mit Hin- und Rückspiel. Die haben gegen Flamengo gespielt aus Rio de Janeiro und da ist es so, dass die das Hinspiel im Maracaná-Stadion haben die 1-0 gewonnen und jetzt das Rückspiel im Morumbi haben sie 1-1 gespielt, nachdem sie 0-1 hinten gelegen haben. 1-1 mit einem richtig geilen Tor, auch mit einem richtigen Strahl. Ja, und weshalb ich das jetzt erzähle, weil das so beeindruckend ist. Ich weiß nicht, wer von euch, ich weiß ja also umgekehrt, einige von euch, die zuhören, ihr wart mit Sicherheit auch schon mal in Südamerika und habt ein Spiel oder mehrere Spiele da mal angeguckt. Wenn ihr die Möglichkeit irgendwann mal haben solltet, macht das mal, wenn ihr das könnt, wenn ihr da mal hinkommen solltet. Und ich sag's euch, das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Klar, das war jetzt Pokalfinale und ein wichtiges Spiel, aber die Stadt Sao Paulo ist ja auch eine der größten der Welt und mein Kumpel hat mir Videos geschickt. Sucht mal bei YouTube, da findet ihr auch komplette Spielberichte und mit allem drum und dran, vorne und hinten. Was eine Begeisterung. Die haben da, die Straßen waren alle rot, weiß, schwarz. Die haben den Bus da oder die Busse empfangen. Also das war ein Feiertag für diese komplette Stadt und genial. Und dann, ich krieg so Gänsehaut bei sowas und dann sieht man mal wieder, was der Fußball für ein geiler Scheiß ist, ja, auf Deutsch gesagt und auf Brasilianisch quasi auch, ja. Also wirklich unfassbar geil. Brasilianisch ist pauluisisch, bevor hier irgendein Schlaumeier kommt, ja. Also richtig geil. FC Sao Paulo, schön den Pokal gewonnen. Freut mich für meinen Kumpel. Ach so, und Rafinha ist da Kapitän. Der Rafinha von Bayern und Schalke. Den müssen wir mal als Kultkicker nominieren. Ja. Die haben eine geile, ja, das ist, das ist ein richtiger Kultkicker. Absolut. Den hast du aber rausgesucht. Und bevor wir zu dem kommen, Toni, noch ein Wort zum Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinem Co-Trainer unter anderem Sandro Wagner. Also das, da müssen wir jetzt nochmal kurz drüber sprechen. Also der Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Co-Trainer Sandro Wagner, das ist doch, das ist doch unfassbar eigentlich. Ja, also, die Geschichte geht eigentlich, also die kannst du gar nicht romantischer oder kitschiger beschreiben, als wie es in der Realität jetzt passiert ist. Also wir haben es ja schon mal diskutiert. Ja. Wenn man sich das überlegt, der war bei uns hier 2016 in der Bundesliga, hat hier, ja, wie soll ich sagen, seinen zweiten Frühling erlebt, ist da wieder rausgekommen aus einem Loch, wo er wahrscheinlich auch längere Zeit drin gesteckt ist, hat ein neues Selbstvertrauen hier getankt, hat die Buden gemacht, geht dann nach Hoffenheim, geht zum FC Bayern, wird Nationalspieler, geht nach China, kommt zurück, wird erstmal Trainer von der A-Jugend, dann hochberufen zur ersten Mannschaft unter Haching, schafft den Aufstieg, ja, wechselt zum DFB als Co-Trainer für die U19, wenn ich es jetzt richtig Teamkopf habe, um dann irgendwie gefühlt ein paar Wochen später Co-Trainer der Herren A-Nationalmannschaft zu werden unter Julian Nagtsmann, also du kannst das gar nicht, du kannst das eigentlich gar nicht beschreiben, ohne das nicht zu glauben und ich habe ihm auch natürlich sofort geschrieben, habe ihm meine herzlichsten Glückwünsche ausgerichtet und da kamen auch sofort ein Danke, also auch hier nochmal von mir Grüße, Sandro, du bist ein ganz großer, auch ein ganz großer Mensch, das möchte ich auch mal betonen, weil auch wenn viele ehemalige Spieler vielleicht von mir auch noch zuhören, da gibt es auch einige, da hörst du nie mehr was und die Antworten auch nie mehr, also Sandro, du bist ein ganz feiner Mensch. Ja, ja und wir freuen uns alle für ihn und ich bin sicher, dass das, also dass seine Präsenz da irgendwie gut tun wird, ich glaube, der kann das einfach gut und gerade auch in der Co-Trainer-Rolle, ich glaube, der sieht sich schon auf Dauer auch als Cheftrainer, war er ja auch in Unterhänge, aber ich glaube, so dieses Co-Trainer-Ding, das kann der auch, ich, auch einfach gut und ich meine, vielleicht das noch als letztes zu dem DFB-Thema, ich glaube, dass das gut funktionieren kann, weil wir haben es jetzt ja schon in dem einen Spiel unter Rudi gesehen, irgendwie scheint es da unter Hansi Flick und seinem Team einfach so, so einen emotionalen Rucksack gegeben zu haben und so viele Geschichten, die die da intern hatten, dass die da irgendwie blockiert waren. Man hat es ja jetzt schon unter Rudi gesehen und Sandro sozusagen und Hannes Wolf, was da jetzt da irgendwie möglich ist und dass wir eine tolle Nationalmannschaft haben, das ist ja auch nicht zu bestreiten, vielleicht sind wir nicht mehr so gut, in Anführungsstrichen, wie wir vor ein paar Jahren noch waren, okay, okay, aber trotzdem, wenn man sich die Spieler mal anguckt, ich glaube, es wird auch wieder einfach viel typisch deutsch niedergemacht und wieder komplett, Rudi Völler will sich alles in den Dreck gezogen, zum Großteil auch zu Recht, das will ich gar nicht bestreiten, aber es ist wieder dieses typisch Deutsche, entweder himmelhoch jauchten oder zu Tode betrübt, entweder ist alles geil oder es ist einfach alles scheiße und diese es ist alles scheiße Phase hatten wir jetzt etliche Jahre in der Nationalmannschaft, bis auf ein paar Ausnahmen und ich glaube, dass das gut funktionieren kann, weil der Nagelsmann steht für schnellen Hochgeschwindigkeitsfußball, Pressing und wir haben ja auch, wir haben doch auch die Spieler für diesen Fußball mit Sané, Gnabry, Havertz und jetzt hier Wirz und Musiala, Alter, was sind das für Spieler, die wir da haben und ich bin sehr gespannt und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt Europameister oder sowas werden, aber ich glaube trotzdem, dass wir wieder, also dass das eine gute Entscheidung war. Was glaubst du? Ich glaube, ich werde ein bisschen vorsichtiger. Also ich finde auch jetzt in dem Länderspiel gegen Frankreich war eine krasse Steigerung zu dem, was man da vorgesehen hat. Also muss irgendwas zwischen Mannschaft und Hansi Flick da gewesen sein, dass das eben dann nicht mehr funktioniert. Egal, was danach passiert, glaube ich, kann es dann nur besser werden. Die Frage ist, ob das jetzt alles so positiv wird, wie du es vielleicht jetzt dann beschrieben hast, weil die Einzige oder mit dem Sandro mache ich mir gar keine Sorge. Ich glaube, der geht da voll auf in der Co-Trainer-Rolle und ich glaube, dass der die Jungs auch super packen kann, auch mit seiner Art. Wo ich schauen muss, wie es läuft und gespannt bin, ist eben dann Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Ich glaube, er ist ein hervorragender Trainer. Ich glaube nur, dass da auch zwischen vielen Spieler vom FC Bayern und ihm da auch was passiert ist damals, sonst wäre er da nicht rausgeflogen. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann in der Nationalmannschaft entwickelt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist, was auch unausgesprochen ist, was vielleicht auch negativ aufgenommen werden kann oder was vielleicht nicht der Befreiungsschlag wird, wie man es dann sich erhofft. Das kann ich nicht einordnen. Ich bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Europameister werden. Dafür finde ich uns einfach dann nicht gut genug, bin ich ganz ehrlich, obwohl wir super Spieler haben. Und jetzt gilt es halt darum, die wieder in die Spur zu kriegen und dann auf jeden Fall ein besseres Turnier abzuspielen, als was jetzt die letzten zweimal geschafft haben. Da bin ich mir schon sicher. Aber so diese ganz große Euphorie sehe ich jetzt doch noch nicht ganz, muss ich zugeben. Ja, dem stimme ich zu. Aber ich glaube, dass auch die Bayern-Spieler, mit denen er so seine Probleme hat, ich glaube, die haben ja auch die Schnauze voll von dieser Scheiß-Stimmung. Für die seid ihr doch verantwortlich. Also weißt du, was ich meine? Dass die einfach jetzt an einem Strang ziehen und vielleicht auch mal die Vergangenheit da jetzt mal zusammen abhaken können. Das würde ich mir jedenfalls wünschen für unser Nationalteam. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, da ist aber dann Julian Nagelsmann dafür verantwortlich, das hinzubringen, weil man muss auch ganz klar festhalten, der Charakter ändert sich halt nicht. Und man hat jetzt gemerkt, zumindest unter Hansi Flick, dass da viele Charaktere dabei sind, die eben irgendwie nicht miteinander klarkommen. Und ich weiß nicht, ob das dann nur zwingend immer am Trainer liegt, sondern vielleicht ist es jetzt einfach auch die Zusammenstellung, die wir aktuell haben, die wir auch nicht ändern können. Also wir haben halt das Spielermaterial, was wir haben, klar können wir jetzt vielleicht die halbe zweite Liga noch dann hochziehen in der Nationalmannschaft, weiß ich nicht, ob das dann besser wird, aber wir haben halt unsere, sage ich mal, 30 Spieler, die im Fokus stehen und daran wird sich auch nichts mehr ändern, da bin ich mir sicher. Da wird vielleicht mal die ein oder andere Überraschung noch aus dem Hut gezaubert, glaube ich aber nicht dran. Und dann haben wir eben das Spielermaterial und wenn viele Spieler da untereinander eben nicht miteinander können, dann kann auch ein Trainer das am Ende schwierig zusammenfügen. und da könnte ich mir eher vorstellen, dass es die ein oder andere Überraschung gibt von Nicht-Nominierungen für dieses Turnier, wenn Julian Nagelsmann das eben dann aus der Charakterlichen und aus der Teamgeist-Sphäre sieht und dann ist es nun mal so, wenn du vielleicht fünf, sechs Spiele hast, die miteinander nicht gut klarkommen, dann musst du dich halt vielleicht für vier von den sechs entscheiden, um die zwei, die deiner Meinung nach die Unruhe reinbringen, dann eben nicht mitnehmen. Und da bin ich mal gespannt, ob man eben das so hinkriegt, dass man sagt, hey, mir ist das scheißegal jetzt, dass es um Namen geht, sondern jetzt geht es hier um die deutsche Nationalmannschaft und der, der mitziehen will, zieht mit und der, der eben quertreibt, bleibt eben am Ende zu Hause. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Ja. Dann sagt der Nagelsmann, du bringst doch die Schärfe hier rein. Genau richtig. Ich bringe mal noch eine Dose Chili-Pulver mit, falls es noch nicht mehr ist. Genau. Das Buffet. Also, gut. Bevor wir auf das Bremens Spiel gucken, Toni. Genau, mein Kult-Kicker wartet. Ja, ganz genau. Tonis Kult-Kicker. Und da habe ich natürlich auch einen Nationalspieler, vielleicht auch ehemaliger Nationalspieler, ich weiß nicht, ob er gerade überhaupt noch so aktiv ist, ich glaube es nicht, ich glaube dafür reicht es einfach dann auch nicht mehr. Oh. Aber er war Nationalspieler und hat 25 Länderspiele gemacht, der gute Mann. Ein Tor hat er dabei geschossen und ich habe ihn ausgewählt, weil er auch noch relativ jung ist und ich den Namen irgendwie auch geil fand und von seiner Statur, von seinem Wesen her, war er immer sehr, also auf mich ein bisschen so angsteinflößend. Also es war, glaube ich, schon ein richtiger Knoche. Okay. Den hätte ich nicht gern oft gespielt, im Training auch nicht und im Spiel sowieso nicht. Er ist erst 31 Jahre alt, das heißt, ich habe ihn auch gewählt, weil jetzt mit dem Junge Julian Nagelsmann als Nationalcoach wollte ich jetzt auch einen jüngeren Spieler wählen und auch der noch aktuell spielt. Ja. Und ich kann euch verraten, wo er spielt. Er spielt aktuell in den Niederlanden in der ersten Liga. Ist aber uns allseits bekannt und ich möchte auch schon mal sagen, Colin, der ist nicht ganz einfach, weil er hat in Anführungszeichen dann doch nur 97 Bundesligaspiele gemacht, vier Tore. Und zwar hat er in Deutschland gespielt für den HSV, für Schalke, für Wolfsburg und für Mainz. Hat aber trotzdem auf der Haben-Seite auch 109 Spiele in der ersten holländischen Liga, unter anderem PSW Eindhoven, Herrenwehen und den aktuellen Verein verrate ich mal noch nicht, bevor du anfängst zu googeln. Er hat 25 Mal in der Superliga gespielt, da hat er nicht getroffen für Kasim Passa und er hat viermal in der Premier League gespielt für Leicester City und für Chelsea hat er, glaube ich, meines Wissens keinen Einsatz gehabt. Aber er wurde dementsprechend einmal englischer Meister, einmal englischer Pokalsieger, zweimal holländischer Meister und holländischer Pokalsieger. Wie gesagt, 31 Jahre alt, noch aktiv und er ist Holländer. Das noch als letzter Tipp. Wolfsburg, HSV, Schalke und und Mainz. Mainz. Und weil es so schwierig ist, sage ich dir noch, dass er Innenverteidiger ist und jetzt in Wallwig in Holland spielt. Boah, also das ist wahrscheinlich wieder so ein Name, da kommen mir diese ganzen holländischen Drecken wie Heitinga, De Jong und so weiter, aber die sind alle zu alt. Das ist, das ist und Wolfsburg, Schalke, HSV. Also für mich war er am präsenteste beim VfL Wolfsburg, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn natürlich auch noch auf Schalke in Erinnerung beim HSV, aber am präsenteste für mich war er doch beim VfL Wolfsburg. Also Toni, ey, die Letzten, die du da hast, da erwischst du mich so kalt, jetzt würde ich echt gerne mal euch, die ihr jetzt zuhört, ob da jemand schon eine Ahnung hat, bestimmt. Also ich finde den Namen erstens mal geil und ich muss auch zugeben, dass der schwieriger ist als die ersten beiden, die ich gewählt hatte, die du nicht erraten hast übrigens. Mein, was haben die denn da für Holländer gehabt, Kerle? Dass die, ja, die Schalker und die HSV, da sind ja öfter mal Holländer, aber also ich, nee, ich glaube, ich glaube, da könnte ich jetzt noch zehn Minuten überlegen. Sag's. Dann hau ich mal raus. Jeffrey Bruma. Nein, natürlich. Och, nee, ah. Boah, ich erwisch dich die ganze Saison jetzt. Das ist, also wirklich, das ist, das ist krass. Der war bei Mainz. Ja, tatsächlich. Echt? Das habe ich, das habe ich überhaupt nicht auf der Platte. Ja, okay, weil das Lustige mit dem Bruma oder Brüma, glaube ich, wird er da ausgesprochen im Holländischen, wenn ich mich nicht Für mich war es der Jeffrey Bruma. Ja, da gibt es so ein Video mit dem, mit dem, das ist eigentlich auch der, schon fast wieder ein Kultkicker, Karim Rekik, der bei Hertha gespielt hat. Und die haben, glaube ich, zusammen haben die mal für PSV oder so gespielt, als sie noch jünger waren. Und dann müsst ihr mal suchen bei YouTube, Karim Rekik und Brüma, da waren die dann, ich glaube, beide Anfang 20 müssen die gewesen sein, wenn überhaupt, und haben bei PSV irgendeinen Pokal oder was gewonnen. Sind da auf einer Bühne, feiern da, und dann der Brüma und der Rekik gehen dann irgendwie vorne und haben das Mikro und fangen dann da irgendwie an zu rappen oder zu singen, wurde dann der Karim Rekik so, Karim Rekik, Karim Rekik, so, das ist völlig absurd, aber total lustig. Könnt ihr mal suchen. Also immerhin habe ich, ich habe ihn nicht erraten, aber ich habe zumindest noch eine kleine Anekdote hier zum Jeffrey Brüma, aber wir halten fest, Hut ab, Toni, krass, also da hast du mich mal wieder und ich behaupte auch viele andere immer wieder gekriegt. Also meins hatte ich überhaupt nicht auf der Platte und das ist das, was mich auch so verwirrt hat irgendwie. Also, ja, krass, gut. Gut, dann lass uns schauen aufs Spiel gegen Bremen, mein Freund. Aufs Spiel gegen Bremen, da will ich... Kannst du heute mal deine erste Einschätzung geben? Ja, meine erste Einschätzung ist, wenn man sich halt mal so den Kader von denen anguckt, das ist auch wieder so eine Mannschaft, wo so gesagt wird, ja, das ist Bundesliga-Mittelmaß und was weiß ich, die haben da oben wahrscheinlich, wenn die nichts verloren haben und der Saisonstart spricht ja vielleicht auch ein bisschen dafür, aber wenn man da mal auch mal so querliest, wen die da so haben. Klar, der Pavlenka im Tor auch so ein Kandidat, wo man sagt, ja, der ist vielleicht auch mal für was gut, ne? Aber, naja, wenn du dann halt mal so schaust, wer da noch so dabei ist, Amos Pieper, der ist jetzt Mitte 20, ich finde, der hat einen guten Sprung gemacht, Niklas Stark, Wejkovic, Mitchell Weiser, Anthony Jung, Marco Friedl, ich glaube, der ist ja auch verletzt, Bittencourt, Nabi Keita natürlich, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, Romano Schmid, dieser Sennelünen, wenn ich ihn jetzt, oder Lünen, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, tja, und vorne, Kovnacki, Dux, dieser Woltemade und Raphael Bore, Toni, also das ist schon, allein, wenn man nur mal die Namen vorliest, merkt man ja, Lekomio, das ist auch wiederum eine unheimlich schwere Aufgabe, die da auf uns zukommt, mal am Rande, ich finde, Bremen hat, jetzt mal, quasi, außerhalb von unserem Verein jetzt, wenn man nur mal die anderen Vereine betrachtet, ich finde, das Trikot von Bremen so wunderschön, dieses Grün-Weiße, das ist total gut gelungen, finde ich, ja, und ich bin total gespannt, weil die haben jetzt, wie gesagt, die haben in Heidenheim verloren, da habe ich ja, habe ich ja echt noch geflucht, weil, weil ich dachte, das kann ja nicht euer Ernst sein, nicht, weil Heidenheim so schlecht ist, aber, ja, ärgert man sich ja immer so beim, irgendwo direkteren Konkurrenten noch, ne, wenn die, wenn die da gewinnen, ja, und, äh, dann ringen sie jetzt Köln, äh, irgendwie nieder, also, ich weiß nicht so genau, Toni, da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt, ich weiß nicht so genau, mit was ich rechnen soll, was für ein Spiel, bin auch auf unseren Auftritt eben gespannt, wie wir da jetzt diesen, äh, Stuttgart, ähm, diese Stuttgart, ähm, ähm, Niederlage da weg, wegstecken, wie wir da auftreten, ob wir es einfach so hinkriegen, Heimspiel, wieder diesen Gladbach-Modus irgendwo anzubekommen, und ich bin einfach nur gespannt, also ich kann es wirklich, sonst habe ich ja immer mal so eine Vorstellung, aber diesmal gar nicht, ich weiß auch nicht, was Bremen da mit uns vorhat, lassen die uns kommen, sozusagen, sagen die auf keinen Fall, wir zeigen, wer hier Herr im Haus ist, weil die haben ja schon auch die Spieler, um echt technisch anspruchsvollen Fußball zu spielen, Marvin Duxch, klar, Füllkrug ist jetzt weg, aber mit dem Borei kannst du ja auch spielen, ne, das ist jetzt ja kein Holzfuß, der Duxch sowieso, das ist ja auch jemand, der meiner Meinung nach immer für eine total unerwartete Mega-Aktion gut ist, oder einen Freistoß, den der da reinschweißt, Bittenkurt, für mich einer der unterschätztesten Spieler der Liga, finde ich auch super, ja, also bevor wir tippen, Toni, sage ich einfach, ich kann mich nicht festlegen, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel wird, und wird deswegen mal den Ball an dich weitergeben, was glaubst du denn? Du, mir geht es tatsächlich genauso, ich kann das 0,0 einschätzen, was Bremer da vorhat, wie sie da auftreten, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie natürlich spielerische Qualität haben, jetzt auch mit Keita, hat er seine ersten Minuten gekriegt, wenn der fit ist, und der hat in den letzten paar Minuten da schon gezeigt, dass er da Bock hat aufs Kicken, und auch Ideen hat, was er mit dem Ball da vorhat, ja, dann haben die natürlich auch eine super Geschwindigkeit, auch mit dem Jungen, den sie da jetzt ein paar Mal eingewechselt haben, mit diesem Ninmar, oder wie man auch immer ausspricht, der hat natürlich ein unfassbares Tempo, ja, ja, kann es aber auch gar nicht einschätzen, wie die dann kommen, ob die sagen, hey, sowas wie Gladbach hier passiert ist, passiert uns nicht, wir machen erstmal hier safe und hauen uns in alles rein, was kommt, ich meine, mit Ole Werner natürlich auch ein Trainer, der natürlich auch den körperlichen Fußball einfordert, der nicht nur die schönen Spielerei will, sondern der auch hier Leidenschaft und Kampf sehen will, da sind sich die Trainer, glaube ich, auch sehr ähnlich in ihrer Idee, ja, ich glaube, dass ganz viel an uns liegt, wie wir eben in dieses Spiel reinkommen, wenn wir so einen Gladbach-Modus hinkriegen, dann, glaube ich, wird auch Bremen extreme Probleme kriegen, weil das für jede Auswärtsmannschaft dann in unserem Stadion mit der geilen Stimmung dann erstmal schwierig ist, da reinzukommen, wenn wir allerdings Verhalten ins Spiel gehen, ist Bremen auch eine Truppe, die, glaube ich, auch vor allem spielerisch dann Akzente setzt und natürlich mit der Offensive, die sie haben, mit Bore, du hast angesprochen, und Dux, Bittencourt, Keita, dann auch Spieler hat, Romano Schmid, eine Geschwindigkeit auch, die uns dann auch richtig wehtun können, und ich kann es nicht einschätzen, wirklich gar nicht, und ich hoffe einfach nur, und deswegen will ich es auch ganz kurz machen, ich hoffe einfach nur, dass wir einen gewissen Gladbach-Modus hinkriegen und das Ding am Ende 2-1 gewinnen. Das ist mein Tipp, das ist meine Hoffnung, ich habe Vertrauen, dass wir die Bremer schlagen können zu Hause, und deswegen sage ich 2-1 für uns. Ich schließe mich an, habe kurz überlegt, ob ich genau das gleiche tippen soll wie du, aber das finde ich ja immer ein bisschen langweilig, deswegen, ich lege noch einen drauf, ich sage 3-1, weil Bremen hinten raus drückt, und wir es dann sauber zu Ende spielen, 3-1, und das mal zumachen. Das wäre mein Wunsch, wenn es 2-1 wird, oder ein 1-0, ganz egal, Hauptsache, wir nehmen was zählbares mit, und wenn es am Ende auch nur ein Punkt ist, ja, aber schauen wir jetzt erst mal. Ich bin gespannt, ich freue mich auf den Sonntag, 15.30 Uhr ist Anstoß, und Toni, ich danke dir für die Folge, und ja, würde sagen, schöne Woche euch. Dito, da schließe ich mich an, schöne Woche noch, kommt am Sonntag alle ins Stadion, bei dem schönen Wetter, und alle anderen drücken die Daumen am Fernseher, wir müssen den Jungs das Vertrauen geben, das sie brauchen, und die nach vorne peitschen, dass sie sich dann am Ende des Tages auch mal belohnen für ihren Aufwand. Richtig. Schöne Woche. Macht's gut, ich habe nur noch eine Bitte, am Ende, würde uns freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt die Klingel bei Spotify, abonniert uns bei Spotify, drückt auf Folgen bei Apple Music, und so weiter, je mehr Leute uns hören, desto schöner. Also, macht's gut. Wer wird noch aus? Ha, 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 ha. Bitte, auf Wiedersehen.